Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine schaltbare Steckdose hier richtig anschließen und somit auch über einen Lichtschalter schalten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Da wir hier jetzt übrigens an einer elektrischen Anlage arbeiten, müssen wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Doch an dieser Stelle ist ein anderes Video einfach sinnvoller und wenn wir die Anlage dann vom Stromnetz genommen und somit auch spannungsfrei gemacht haben, dann schauen wir uns mal einen vereinfachten Schaltplan hierfür an. Wir kommen mit einer dreiartigen Leitung, in meinem Fall nümm 3x1,5mm² zu unserem Schalter und von dort aus geht es dann auch schon weiter zu unserer Steckdose, ebenfalls mit einer dreiartigen Leitung. Der Neutralleiter von unserer Zuleitung wird direkt auf unsere Steckdose geschlossen, genauso unser grün-gelber Schutzleiter hier und der meistbraune Außenleiter geht jetzt hier bei der Eingangsklemme L auf unseren Ausschalter drauf. Von dort aus geschalten weiter direkt zu unserer Steckdose. Bevor ich es vergesse, eine Steckdose ist bis 16 Ampere ausgelegt und ein normaler Lichtschalter nur bis 10 Ampere. Und genau aus diesem Grund können wir nämlich so einen Lichtschalter, was man hier hinten übrigens gut erkennen kann, mit 10 Ampere nicht hernehmen. Hierfür benötigen wir einfach einen speziellen Schalter, welcher für 16 Ampere ausgelegt ist und mit diesem kann ich jetzt auch meine Steckdose hier hinten nämlich schalten. In der Praxis ist hier drüben meine Steckdose übrigens auch schon fachgerecht angeschlossen, denn hierfür habe ich auch schon mal ein spezielles Video gemacht. Und als nächsten Schritt muss ich jetzt mal meine Leitung von der Steckdose und meine Zuleitung hier um circa 10 cm abmanteln und am Ende noch 1 cm in die Dose überstehen lassen, dass ich einfach eine entsprechende Zugentlastung habe. Wenn wir das haben, lege ich mir meine zwei blauen Neutralleiter mal nebeneinander, genauso auch die zwei grün-gelben Schutzleiter hier, gebe diese etwas nach hinten in die Dose, dass ich auch noch Reserve habe, biege das Ganze jetzt etwas nach oben und hier kann ich jetzt nämlich einfach mit einem Seitenschneider mal auf dieselbe Länge abkürzen. Im nächsten Schritt isoliere ich mir diese vier Leiter jetzt mal auf genau 11 mm ab für meine Klemme hier und mache dasselbe Spiel mit meinen beiden braunen Außenleitern, da mein Schalter für 10 bis 14 mm geeignet ist. Wenn alles vorbereitet ist, verbinde ich meine grün-gelben Schutzleiter mal mit so einer Klemme hier und dasselbe mache ich natürlich mit den blauen Neutralleitern auch. Danach kann ich diese zwei jetzt nämlich einfach nach oben schauen und in meiner Hohlwanddose bzw. Unterputzdose hier hinten drin einmal verschwinden lassen. Wichtig hierbei ist nur, dass die Dose natürlich auch tief genug sein muss. Als nächstes gebe ich dann den braunen Außenleiter, welcher von meiner Zuleitung kommt, hier oben einmal bei L drauf und hier unten rechts der Außenleiter, welcher zu meiner Steckdose geht, einmal hier unten drauf. Natürlich sollte dein Schalter jetzt schon um 180 Grad gedreht sein, dass er Richtung Hohlwanddose schaut. Ich habe es jetzt nur mal so gemacht, damit man es einfach besser verstehen kann. Denn hier unten, wo der Pfeil weggeht, habe ich jetzt nämlich rechts meinen Außenleiter, welcher zur Steckdose geht, angeschlossen. Und das Ganze könnte ich aber auch noch hier auf der linken Seite anschließen. Der einzige Unterschied ist, dass wenn ich es hier rechts anschließe, also so quer gegenüber von meiner Zuleitung hier oben, dann wird die Steckdose eingeschalten, wenn ich jetzt hier meinen Schalter anschließend nach unten betätige. Und wenn der Außenleiter hier unten auf der linken Seite wäre, dann wird die Steckdose jetzt im Moment aus und sie wäre jetzt angeschalten. Bei mir ist alles richtig angeschlossen. Da ich meinen Schalter bei einer Hohlwanddose geben möchte, muss ich einmal noch diese zwei Schrauben hier komplett rausziehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass ich anschließend auch diese Spreizkrallen hier hinten entfernen kann, die einfach für Unterputzdosen geeignet sind. Und die bei einer Hohlwanddose im schlimmsten Fall sogar hier hinten einen Leiter beschädigen könnten. Die Krallen sind draußen, weswegen ich meinen Einsatz hier jetzt mal in die entsprechenden zwei Schrauben oben und unten hineingeben kann. Danach richte ich meinen Schalter einmal aus, orientiere mich bei mir jetzt an den Linien hier unten, kann natürlich auch eine Wasserwaage nehmen. Und dann schraube ich einmal noch diesen Einsatz hier ordentlich fest. Als nächstes bringe ich meinen Rahmen jetzt einmal auf. Danach muss ich auch noch die Wippe hier richtig herum einsetzen. Das mit etwas Gefühl machen, dass es einfach einklipst und danach natürlich auch noch meinen Schalter hier oben richtig herum drauf machen, dass der jetzt auch schon wieder richtig funktioniert. Zum Schluss setze ich die Anlage mal wieder unter Spannung. Wenn ich hier links jetzt den Schalter betätige, können wir hier drüben auch 230 Volt bei unserer Steckdose sehen und sie sind jetzt auch schon wieder weg. Und somit haben wir unsere schaltbare Steckdose hier auch schon fachgerecht und richtig angeschlossen. Wenn du jetzt übrigens so einen speziellen Schalter mit 16 Ampere, eine Steckdose oder auch eines der verwendeten Werkzeuge im Video zulegen möchtest, dann einfach mal unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.